Ja, ne? Mit AP Scaling? Balle! Das war ein cooles Game, Alter. Molybear ist ne insane Ult, bei wem. Ja. Richtig gute Ult. Glaub ich auch. Ich durfte die in meinem Seilersleben nur ein Mal stealen bisher. Coley. Das geilste ist, Xio. Meine Ash Arrows missen nie. Ich bin richtig gut mit Ash, deswegen war ich da schon mal ne gute. Mach die Borderlands fett, dann ist Custardine useless. Custardine kann nichts machen gegen gefehlerte Articles. Okay. Okay. Der Farn mit der Eno und shillt seine Nuggets für 15 Minuten. Fuck. Call me senjurita. Ja. Ja! Ja. 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 das war sogar holly phoenix hat uns zu einem dürüm laden gefahren wo die dürüm mit honigsauce anbieten das war so lecker ich hab noch nie ein dürüm mit honig gegessen klingt fucking disgusting keine ahnung das war auf jeden fall ein szenen wenn ich kein league pro mehr bin mache ich meinen eigenen dürüm laden mit honig in köln dadurch werde ich reich er ist kein fleischer moinsen endzeit was geht brudi er ist fucking low schon es kann vorbei kommen wenn du willst der chillt halt seinen nuggets ich habe irgendwie bock auf die bord land ja ich glaube so dass die beurte wie gesagt dass sie bis backen ist das die geburt Wir gehen rein in die Olga-Mod Fuck man, ich bin so boosted, man Es ist okay Aber diese E-S hinten ist echt nicht leicht auf dem Jump Evelynn ist top Alle Minions, Alter Evelynn, kein Flash Okay Bordelang, keine Sums Bordelang, keine Sums Ich hab schon Bock den Drago Ich hab den Drago nur da reinklatschen Der hat keine Ponds mehr, wird das schon halbwegs spiel Einziges Problem ist, ich mach den Drago nur so slow Ich glaub ich werde sterben bevor die ankommen Ich glaub Xyla's Drago speed ist bisschen slow Ich bin mit leines Diveable Proble Ich könnte mal vorbeikommen Oh mein Gott, ich bin so fucked im Jungle Oh, ich bin so fucked, ne? Oh mein, Evelynn ist mit dem Flash, ja Ich hätte halt gerne einen Kill auf dem Boy Evelynn ist top Ah, ist top Ah, ist top Hmmmm, problematisch Bisschen zu oft Bordelang gegankt Hab ich das Gefühl Level 6 Evelynn, ich bin 4 Ja Okay, das ist ein Problem, no? Ja Ich gebased as always Definitiv ein Problem Ich glaub dein Dragon Attempt war auch ziemlich Ja Der Dragon Attempt hat mich geboomst Du geboomst Du geboomst Weißt du was, ich hab die Cover bekommen, wir sind fun Nice Ja, wir sind noch im Game Evelynn an meinem Red Ich schieße heute mit Dorans fucking Blade Start gegen den und er verauto taggen, man Englando mit dem Subscribe Vielen, vielen Dank, Bro Noch einen ehren Mann im Chat Danke, Bro Willkommen Thanks for your support Können wir die invaden, oder? Geht nicht Ich hätte schon Bock, die hat grad kein Herz Ich guess wir können nicht Nein Wolli wäre so broken In Teamfight Tactics ist ja auch komplett broken Nein, Teamfight Tactics ist ja auch so broken Kann ich dir den Arm oder wo? Ja, ja, nehm Hey, wer geht auf die Wave, was geht bei dem auch? Ich sage das Dragon actually Der ist hier low gerade Der Kassel, den Ich habe Tray gone Die haben keinen mit innen Hey, Botlam war weiß Jetzt kann ich mir den Asher hochschnappen Voli, wir haben zwei Giant Belts Ich glaube, den werden wir nicht killen dieses Game Ah, ich kill den Bisschen schwierig, was zu machen auf der Map Wissen, dass ich Bot bin Ich meine, ich könnte nichts machen, außer den zu booten Ich könnte auch Bot-Movell stehen Ich habe jetzt Arrow Ich bin ziemlich sicher, dass Evelynn Bot ist Ja, wollen wir Ja, ja, dazu Der Typ hat kein Flash BAM, ins Gesicht Jetzt kommt wieder ein infernaler Break Botlane ist Evelynn Dann kommen wir Okay, Schritt � Ich mach jetzt mal die Top-Camps. Dann müssen wir Drake fighten, okay? What the fuck is this? Holy, Scarface hat mich gehostet. Vielen, vielen Dank, Scarface. Vielen Dank, Bro. Ich schätze es ja. Ehrenmann. Ich wusste gar nicht, dass du streamst, Scarface. Also jetzt gerade. Harmar hat gerade bitte geultet. Okay. Fucking loaded, Typ jetzt. Wir müssen gleich ready für den Drake sein, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich noch einen Top-Lane-Gank hinbekomme. Weißt du, du kannst ihn killen? I guess you're trying. Oh, die ulten gut für den Drake. Ich move mal hin. Aber wer hat Riven jetzt gestorben, hätte ich ihn reportet. Das war simpel. Aber... Okay. Ich muss meine fucking A's hitten, man. Zu boostet. Heaven is blood. Aber ich weiß nicht, ob die mich one-shotten, bevor ich die Ulti überhaupt benutzen kann. Genau. Aber what the fuck is happening? Evelyn könnte jetzt mit der Laufen. Mhm. Was ist das für ein Sham? Fucking Kassel, den Mann. Danke dir, Scarface. Ich kriege mal kurz space für den Drake. Kriegst du den down? Den kennst du? Glaub nicht. Ich bin gerade hinter dem Turf, die Kills. Und ich habe gerade Dirty Gainset. Wir sehen, ja. Oh, what? Drake's gone. The fuck? I don't think so. Die machen den gerade, bro. Die hat er sich gehealt. Triumph. Alter, er hat Triumph? Ja, Kassel, ich spiele mit Presence of Mind. Sollen die auch, oder? Ja, für den Mana-Spam halt später. Alter, yikes. Kassel, ich glaube, Mann. Kassel, will denn es einfach zu OP? Klai und Riles hatten recht, all along. Das Ding. Der Junge, der hat mich gerade so hart geintet, ne? Nein, ist so richtig Dirty. Zerbern wir nein. Müsst du miterhalten. Ich brauche die fucking A-Schuld hier. Thank you. Ich gues, Tamm ist einfach zu viel. Ah, Alter, was ist das für ein Stun? Ich kann jetzt ulten, ne? Ash wird. Hat der Eid? Evident, maybe? Oh, hier warnt schon sehr leifer. Oh, hier war's. There war's. Oh, hier war's. Und dann sind wir noch mal aus. Ah, oh, hier war's. Oh, hier war's. vier games hinter der 15 minuten los ist ja machen wir noch eins ja ok 1 2 noch und wenn das noch so ein game mit euch auf macht keinen sinn sonst oh mein gott man ich verstehe es nicht ich habe ein bisschen geintert aber schützt du denn stellen dann Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.